Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder was auch immer. Ich bin wieder hier, euer Andi und ich spiele immer noch hier Trades Fixer. In der letzten Folge hatten wir hier viele Ballerei, Peng Peng und so und einmal war das ganz knapp gewesen. Hätte nämlich beinahe gehabt und ja, jetzt kann ich aufstehen und hier weitergehen. So, irgendwas wird mir dann immer angezeigt. Ich denke mal, dass mir wohl das hier angezeigt wird dann. Aber ich möchte keinen, gut, das war jetzt nur so. Ich meine, bei Tipp und so steht da extra Tipps drauf, aber... Wie nett? Ja. Genau. Die kann ich machen, aber wo da ein Tipp drauf steht, die mache ich da nicht, weil ich keinen Tipp haben möchte. So, ich könnte, glaube ich, da lang, wie es aussieht. Muss ich wohl auch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich hier bewegen kann. Ich glaube eher nicht. Ähm. Ähm. Ja. So, dann mal da rüber. Und hepp. Okay. Oh je. Äh, bah. Oh Gott. Äh. Ich möchte nicht baden gehen. Verdammt. Haa. Ne, darüber. Der Gong. Oh, ins Knie reingefickt. Äh, gefacken. Oh, weia. Nein. Warte mal. Wuii. So. Das ist euer Ende. Äh. Äh, la, 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 la. Ähm. hmmm 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 Alles klar. Okay, der sollte sich doch da lang hangeln. Okay, dann habe ich einmal zu früh gedrückt, aber was war es? So, HEP und HEP. Ähm. Darunter? Zeigst du mir da den Weg hin? Ja, woanders komme ich auch nicht lang. Okay, dann geht es wohl hier runter, was? Ähm. Hallo? Halt dich fest. Alter. Hm. Ach, oje. Okay. Ich kann auch so nicht beidern. Moment. Hey. Entschuldigung, tut mir lacht. Wo? Okay. Dachte ich, musste darüber. das muss ich also nicht darüber wird doch die treppe hier und bis zu den aber wenn da gleich zwei sind eh h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. H-h-h-h-h! ich hab dich anschenkt Ehhhhh ok so ok wo muss ich denn jetzt hier rüber ja erst mal gerettet kein böses wasser hier ok so was haben wir denn hier munition und so die ich nicht mitnehmen kann aber das geht gut gut um heute blick was jetzt mal blink 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 kleiner dicker man Na gut. Blink, blink, blink. So, und? Hallo. Oh. Ähm. Ja. Kommt er da nicht hoch, oder was? Da sehe ich was. Da sehe ich was. Oh, Mann. Ja. Und da hinten ist der Rest. Oh. Die sind auf der Suche nach uns. Au, 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 au. Ja, wirklich doch, Mann. Du sitzt fest. Wahaha. Du bist schon tot, Armgy. Ach, um Himmels Willen. Vielleicht zwei. Oh, Mann. Alter, ihr seid ja gemein. Ah, der dauert zu lange, bis hier der wieder hochkommt. Und da ist der Ende der Mauer. Oh. Ah. Hier sind aber keine Fische. ja ein bisschen Money eingesammelt na komm wo bist du oh die Sonne so gut Money eingesammelt und nochmal Money das ist toll alles mit mir was geht Moment dann mach doch wo hat er seine Sache noch verloren? da ist was da auch okay au du mit deinem Pumpgang hier die Dinger sind voll da ist ein Seil du hast ne Karte gut gut oh nein die ist denn da irgendwo ja nimm doch das sei du Dödel naja so geht es auch ok wo kommt die Idee jetzt wieder her ich kann euch auch sehen so der kommt mal weg ich halte euch auf na komm dann ebenso so wie kann der mich dann hier hinter der Mauer treffen so leg die hier hin oh da kommt noch einer jawohl ja so da kommt jetzt gar nicht weit und du kommst auch nicht weit legst du die kill man ok so was hat er gesagt ja 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 noch nicht aber du gleich hoppala so fürs gewerbe ich Moni da auch oh noch mehr moment oh ja ja hier brennt das vor ich weiß was ich hab dich man Nicht von hinten! Ah, du bist da oben! Nichts da! So! Ah! Habe ja jetzt erstmal genug hier! Da! Und da! Und da! Nein! Keine Waffe! Ich will nur ein bisschen Money! Für die Pistole auch! Jawoll! Noch mehr, das ist gut! Mal gucken! Ja, die ist wieder voll! Da auch, okay! Ne, das geht nicht, aber ich habe ja noch Granaten! Wow! Ist das schön! Au! Äh! Ich muss vorsichtig sein! Ich muss vorsichtig sein! Okay! Das eine in eine Falle gelaufen! Aber ich wollte doch hier... Ach, so schön das Meer, ey! Davon gibt's noch mehr! Wo sind wir denn hier überhaupt? Alter! Das ist ein großes Gebäude! Ähm! Ähm! Halt durch, Elena! Ja! Ja! Aber ja! Äh! Äh! Ich könnte das so machen, oder? Äh! 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 Springte zur Seite anstatt da direkt drüber! Okay, nochmal hier! Er ist da drüben! Äh! 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 Hä? Äh! So, Moment! Hier geht's hoch! Okay! mal sehen! Hä? Äh! Nein! Hängt die nicht mehr dran! Äh! 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 ok bist du alleine hier ja das wurde alleine ja 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 moment also was hast du denn ja ich hätte ich auch was gab so bei einem kopf rein ja ja nein moni ist voll achtung das eine falle ja 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 naun statt health zeigt das an das hier aber ja das war dann doch ein bisschen dahinter wie kann ich noch mal die angranaten ausfüllen weil ich es war nicht ha 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 die monik geht nicht mit wurde die falle ist ausgelöst die moni nein okay kann man nicht vielleicht auch so auslösen irgendwie ja ach das ist doch toll oh god oh god um 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 aber ich drücke alle knöpfe und kriegt die handgranaten nicht in die hand oder einfach nur so ne ja 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 Oh god ey Oh man Oh oh nein nicht Es ist vorbei Ja so machen wir alles kaputt hier Dann könnt ihr euch auch nicht mehr Verstecken Ja was ist denn nun? Oh, ah, oh la was So, nochmal Oh je Oh, toll Richtig Hm, da ist immer noch keiner mehr Oder die haben sich nur gut versteckt Ah ja Money Und noch mehr Money Ganz viel Money Money, Money, Money Das ist funny Ja, okay Die kommt mal Nie schlecht aus Äh So, gab es ja noch irgendwo Handgranaten? Nee, ne? Auf jeden Fall hier jetzt nicht Lalalalalala Nee, das Gewehr will ich da nicht haben Die Pup-Gunder Ähm Ähm Mhm Vorsicht Oha Dann bin ich ja bei dem Gebäude Das vielleicht hier hätten was Kann man sogar einen Geruch Ach guck mal da, siehst du? Ohrring Ohrring Ein, ja Ohrring Für große Ohren Alter, auch den Schuh in einer halben Stunde rum Ja, das ist ja unglaublich Das geht so schnell Was für ein Sonnenaufschluss Oder Untergang Ich glaube Untergang Oha Oh, die Kamerafahrt unten Ja, warum wird mir das jetzt gezeigt? Hallo Kamera Okay Das darf doch nicht wahr sein Was denn? Nummer 5 Die Festung Äh Okay Das machen wir In der nächsten Folge Bis dahin Macht ihr einen schönen Tag Von der Nacht Oder was auch immer Und dann sage ich Bis in der Folge Bye Bye